Oh, hallo! Oh, hallo! Schön, dass ihr heute Abend hier seid. Willkommen im Egon. Dies ein Lokal, wo heute ganz besondere Festivitäten stattfinden. Wir laden euch herzlichst ein, dabei zu sein. Ein Hobart. Eines Gutes. Eines Gutes. Jungs. Jungs. Bis zum nächsten Mal. Deine Eltern sind auf einem Tennis-Turnier. Du machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Danzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer-Glitzer. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Elbstein. Oh, hallo nochmal. Also, wenn ihr jetzt was erleben wollt, dann kommt mal mit. Also, hier unten, da geht es gleich richtig die Post an. Hallo, hallo sehr, vielen Dank. Hallo, Ladies and Gentlemen. Welcome to our Party. Und wir sind froh, dass ihr alle hier seid. So, ich gebe euch jetzt. Und ich bin froh, dass ihr hier seid. Catch, James! Niehle, ich bin froh, dass die Möbel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020